und weiter geht's mit die tribute von panem der aufstand wir beginnen einfach mal dann schließen wir das so dann schließen wir das hier natürlich auch dann würde ich sagen gehen wir erst mal auf erkunden wir haben eigentlich relativ coole team zusammengestellt bis jetzt von daher würde ich sagen machen wir hier erst mal weiter wir gehen einfach mal was ist denn das hier für ein teil gehen wir da einfach mal ruf so dann erkunden wir erst mal und checken hier mal ab was hier so geht so ich hoffe wir kriegen auf jeden Fall ein paar neue kämpfer ein paar coole dazu ein paar charaktere sagen wir so so dann erkunden wir erst mal noch mal und checken weiter ab kicken wir haben wir bekommen naja ok damit können wir leben cool jetzt kommt ein kampf wir machen uns bereit und legen dann gleich mal los jetzt wird erstmal kurz hier laden na komm mach schon so dann geht's so los alter was wie krank ist der denn 150.000 naja kriegen wir doch auf die schnauze werden werden wir nicht schaffen glaube ich aber wir probieren es einfach mal aus ich gebe einfach mal mein bestet was muss man denn da machen und halt gerade ja in die mitte kriegt hm mann alter das sieht richtig krass aus gegen den hätte ich glaube nicht kämpfen sollen aber ich probiert einfach gucken wie wir uns schlagen gucken wie wir es packen ob wir es überhaupt packen bin ich gespannt so das könnte mal ein bisschen schneller gehen dauert echt ganz schön ewig der kampf aber es ist auch mal was ist mal ein bisschen ablenkung und deshalb checken wir es einfach ab ich bin gespannt ob ich es schaffen kann ich glaube nicht richtig dran trotzdem ich den eigentlich schon gut abgezogen habe also eigentlich sind es ja schon 60.000 die er weniger hat von daher müssen wir mal gucken könnten wir vielleicht doch packen ich bin gespannt wie ihr sagt und wir checken es einfach mal gemeinsam ab so naja mal gucken ja die hälfte ist jetzt auf jeden fall schon weg das ist schon mal gut wir haben jetzt eigentlich auch noch einen guten krieger hier in der hinterhand von daher brauchen wir uns eigentlich ja nicht mehr so einen schädel machen denke ich vielleicht könnten wir packen jetzt hat er schon 100.000 knapp weniger und das ist doch schon bombastisch eigentlich der lebt noch kann noch einmal angreifen das ist auf jeden fall richtig cool so 46.000 mann alter ist das heftig so einen kampf hatte ich noch nie ihr könnt ja mal in den kommentaren schreiben ob ihr schon öfter mal so eine kämpfe hattet und ob er die auch gewonnen hat ob ich es schaffe ich denke schon dass ich es packe so sieht es ja in süd aus für mich der ist jetzt zwar am arsch aber von daher ist das erstmal ah alter der war trotzdem jüd 25.000 hat er noch dann greift er den jetzt hier an war ja klar aber se ja das müssten wir eigentlich packen so sieht es eigentlich relativ bombastisch für uns aus von daher brauchen wir uns eigentlich keine platte machen der hat nur noch 17.000 wir haben noch mehr als er jetzt noch 14.000 ungefähr von daher haben wir ihn auf jeden fall gut runter gewirtschaftet das ist halt der vorteil wenn ihr mit 3 crews angreift und er nur mit einer da könnt ihr auf jeden fall viel mehr Punkte ziehen fetzt auf jeden fall richtig finde ich so dann ist auch bald feierabend bei ihm wenn es so weiter geht 3 7 hat er noch sieht auf jeden fall sehr geil aus für uns bin ich auf jeden fall happy kicken was wir dafür kriegen für den sieg so cool wir haben gewonnen war auf jeden fall ein ganz schön langer kampf aber es hat sich auf jeden fall auch gelohnt von daher ist alles im grünen bereich wir sagen erstmal okay dann können wir hier weiter erkunden ich würde gerne mal nicht gleich wieder einen kampf das wäre jetzt eigentlich nicht so cool ah ne karte was ist denn das pollux was ist denn das für einer coolen 3 sterne ist schon geil können wir auf jeden fall hier brauchen so dann würde ich sagen könnten wir erstmal auf zurück gehen so dann pimpen wir erstmal unseren kämpfer würde ich sagen na nochmal zurück so dann gehen wir auf verbessern dann erstmal müssen wir unseren tresor oder gehen wir mal auf team gehen wir auf bearbeiten würde ich sagen dann können wir hier sit der ne ist er ja nicht ok ah jetzt können wir unseren tresor gehen und die alle rausholen so einsammeln dann gehen wir zurück dann hauen wir hier auf jeden fall auf bearbeiten erstmal den ehen hier rin boah ne den pimpen wir erstmal wir gehen nochmal auf zurück und gehen nochmal zurück so dann gehen wir auf verbessern na komm mach schon so dann verbessern wir auf jeden fall erstmal wo haben wir ihn haben wir den jetzt ja nicht hierbei doch da ist er so den verbessern wir mit tja mehr können wir hier nicht dann müssen wir auf jeden fall noch ein paar suchen dann ist das erstmal quatsch ah ist das bitter ey oh ich wollte auf team gehen sorry gehen wir nochmal zurück dann gehen wir nochmal auf team dann hauen wir den erstmal rin würde ich sagen gehen wir hier auf bearbeiten und klatschen den wie gesagt in team nummer oh drei die können wir bestimmt ja nicht rinschmeißen ok ok oh cool dann ist das team jetzt auf jeden fall auch schon ein bisschen stärker können wir nochmal auf zurück gehen dann gehen wir nochmal zurück und dann können wir nochmal gucken ob wir noch ein bisschen erkunden und dann vielleicht noch einen kampf machen so gehen wir auf erkunden so gehen wir nochmal zurück sorry ne quatsch man wir wollten hier zurück wir wollten nur erkunden Hike verpeilt sorry sooo dann gehts hier gleich weiter ach ne wir machen gleich nochmal die heftige mission ist vielleicht sinnvoller zurück hallo Junge was war das denn gerade hab ich jetzt nicht so richtig hier peilt wir probieren es einfach nochmal wir erkunden einfach weiter super der nächste kampf steht bevor probieren wir einfach alter der ist wieder so heftig gut ok gehen wir in kampf benutzen und dann müssten wir eigentlich packen mal sehen mal sehen mal sehen naja bin ich mal gespannt wie wir uns schlagen aber ich hoffe dass wir auf jeden fall packen mal sehen wie gesagt 150.000 hat er noch tja verstehe ich auch nicht ich hab eigentlich gedrückt na mach schon mach schon mach schon den wollen wir auf jeden fall killen wird auf jeden fall wieder eine knappe kiste ich bin aber gespannt welchen kämpfer war dazu bekommen beim nächsten mal ich hoffe kommt nochmal ein cooler wäre auf jeden fall eine richtig geile sache mal sehen jetzt siehts doch richtig gut aus für uns schon hä 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 hat er nicht mehr auf Tasche, ja jetzt sind wir auf jeden Fall bedeutend stärker als in der letzten Runde würde ich sagen, von daher passt das auf jeden Fall wieder sehr gut, wir haben uns auf jeden Fall wieder richtig gut verbessert, ist auf jeden Fall richtig cool, wenn wir jetzt noch ein paar neue Kämpfer finden, mit denen wir unsere anderen verbessern können, dann wäre das auf jeden Fall richtig Bombe, wäre auf jeden Fall cool und dann würden wir auf jeden Fall in naher Zukunft unser Team nochmals verstärken und das echt schon ganz schön heftig, man, warum funzt denn das nicht, ich drücke hier jedes Mal und jedes Mal jetzt nicht, weiss ich auch nicht, woran das liegt, 39.000 hat er noch auf Tasche, machen wir weiter, so, na, 30.000 hat er noch, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, jetzt verteilen wir noch mal ein paar Backpfeifen würde ich sagen und dann sind wir auch bald am Ende hier, jetzt hat er noch 22.000 knapp, von daher glaube ich geht das auf jeden Fall rapide bergab für ihn, ich drücke jedes Mal, was soll denn das, aber es halb so wild, 10.000 hat er noch auf Tasche, jetzt ist gleich Feierabend, zack, jetzt hat er das wieder mal gemacht, gut, 500 noch, jetzt ist Feierabend, auf jeden Fall, geil, wir haben auch den besiegt, ich bin gespannt, ob wir jetzt nochmal einen neuen Kämpfer finden, wenn wir weiter erkunden, bin ich auf jeden Fall gespannt, was gibt es jetzt hierfür, mal checken, jo, ok, nehmen wir doch an, dann erkunden wir einfach mal weiter, komm, noch eine Karte, komm, noch eine Karte, hm, ich will so eine olle Karte haben, wir erkunden einfach weiter, so machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, würde ich sagen, sammeln wir schön ein hier, was wir finden können, Oha, jetzt kommt ein Kampf, aber den werde ich jetzt glaube ich nicht mehr machen, gucken, wie viele Punkte hat er, nö, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, ich wünsche euch was, bis Densen, ciao!